Hallo und Herzlich Willkommen bei Mr. Twister. Jetzt zeige ich euch, wie ihr so einen schönen Schmettern wie selber machen könnt. Es geht relativ schnell und ihr braucht drei Modellierballons. Einen grünen für den Körper, einen lilanen für den großen Flügel und einen orangenen für die hinteren. Ihr könnt natürlich die Farben wechseln wie ihr rot. So, ich fange jetzt mit dem Körper an. Ich nehme einen grünen Ballon. Zwei Pumps in den Ballon reichen. Zugnoten. Jetzt fangen wir mit einer 3 Fingerblase für den Kopf. Zwei Fingerblase für den Teil des Körpers. Die wird auch verdreht. Und eine 4 Fingerblase für das hintere Stück. Den Ballon brauchen wir nicht mehr. Abweißen. Zugnoten. Das letzte Stück können wir abschneiden. Das Stück hier brauchen wir noch. So, dann kommen wir schon zu den kleinen Flügeln. Dazu blasen wir den Ballon ungefähr zur Hälfte auf. So, jetzt machen wir zwei 6 Fingerloops. Und abmessen. So. So. Das Ende ziehen wir wieder. So. Das Ende ziehen wir wieder. So. Dann holen wir noch einen 6 Fingerloops. So. So. Dann holen wir die am besten gleich groß. Indem man die so abmisst. Passt. So. Den Ballon brauchen wir schon nicht mehr. Abreißen. Zugnoten. So. Und dann sind unsere kleinen Flügel schon fertig. Dann kommen wir sofort zu den großen Flügeln. der wird jetzt ganz aufgepumpt. Bis auf einen Finger. Und das Ende lassen wir auch nur, weil wir es zum Zugnoten brauchen. Wir nehmen also die beiden Enden und knoten sie zusammen. So. Jetzt brauchen wir von dem Ballon in die Mitte. Wir ziehen also einmal. Wir kommen dann so ans andere Ende. Und vertreten. Nehmen wir unsere kleinen Flügel und drehen sie in der Mitte zusammen. So. Das ist schon fertig. Jetzt nehmen wir den Körper. Der muss jetzt hier rein. Die 4 Fingerblase, die kommt zu den kleinen Flügel. Die wird jetzt einmal um die Flügel bedrehen. So. Jetzt wischen wir den Ballon noch aus. Eigentlich haben wir es schon geschafft. So. Fertig ist der Schmetterling. Jetzt machen wir ihn noch an so ein bisschen. So. So. Fertig ist der Schmetterling. Jetzt machen wir ihn noch an so ein bisschen. Jetzt machen wir ihn noch an so ein bisschen. noch an so ein bisschen. Fertig ist der Schmetterling. Viel Spaß damit. Tschüss. Vielen Dank.